Oh ja. Ha! Na wie? Wie? Oh, jetzt ist es ungekriegt. Nein, es ist immer noch da. Bleib stehen, lass es bei uns sehen. Ja nö, ich schau einfach dein Video, Lulwe. LOL. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen, ich bin wieder stuck. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch stuck, aber jetzt bin ich nicht mehr stuck. Perfekt. Wie hast du das hingekriegt? Ich bin wieder stuck. Ich glaube, Perfekt hat ein sehr gutes Haus, also... Das ist kaputt. Hatte jemand ein Explosivhaus, bitte? Ich glaube, ich habe meinen Eck nie weggelegt. Warte, ich mach's. Oh, ich habe eine bessere Idee, vielleicht glaube ich es auch. Hat's geklappt? Nein, ich bin immer noch stuck. Nein, ich bin immer noch stuck. Warte, ich probiere es nochmal. Oh, jetzt! What the fuck? Ich bin einfach hier drauf ge... Ah, jetzt bin ich raus. Hä? Du bist immer noch drin. Du bist die ganze... Oh, jetzt, jetzt bist du draußen. Jetzt bist du draußen. Das ist so süß. Äh, im Süd... Bestes sind glaube ich noch Gegner, by the way. Geh mal kurz ins Haus rein, damit ich gucken kann. Aufs Haus. In der Mitte der Straße. Aufs Haus. Halal, Dietrich. Schön. 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 Oh, lol. Stufe 3 Flinten Choke. Dann Choke mal. Oh, sie versteckt, Alter. Choke mal, Daddy. Äh, ich hab by the way den Gegner gefunden, der da ganz hat rumstampft. Der ist ein bisschen weiter weg. Richtung der 1 Markierung. Ah, ich seh'n auch, ja. Ja, den ignoren wir jetzt einfach. So, was müssen wir jetzt eigentlich schon... Ähm... Warum sind hier Äste im Haus drinne? Egal. Ja, wir sind jetzt in den Kampf eingetreten, weil der kommt jetzt zu uns. Du bist in den Kampf eingetreten. Ja, ich. Aber er kommt gleich zu uns, also ihr gleich auch. Äh, ne. Ich bin im Haus drinne, aber ich wollte er nicht sehen. I am Lee. Wie findest du eigentlich die Äste hier im Haus? Ja, schicke Deko. Perfekte Tür, würde ich sagen. Hier ist ein Stuhl aufm Baum. Was? So, so ein Plastikgartenstuhl. Steckte Baum. Ja, das ist meiner. Mein Ausrichtsposten. Der hat mein Ausrichtsposten, also ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich hab auch extra vergessen, wo unsere Fahrräder eigentlich sind. Sind, sind, haben wir die überhaupt noch? Ah, da hinten. Ich wollte sagen. Guck doch auf die Map. Äh. Jetzt erstmal. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich, ich reffsetze ganz, was wir jetzt hier machen müssen. Falsche Nägel in grün. Wow. Also da, wo wir eigentlich hin mussten, sind wir schon lange dran vorbei. Ja, ich seh's grad. Ich loot weiter einfach, also mich juckt's ja nicht. Ich geh da mal hin. Ja, mach du das an mir. Oh, hier ist Wasser. Oh mein Gott, ist das Wasser. Kommen wir hier drüber jumpen? Leider. Einer trinkt hier halt, deswegen ist Wasser böse. Und jump. Ich glaube, wir haben die das hier fertig gemacht. True. Deswegen sind wir wie Steine. Vielleicht sind wir auch Steine. Ne, unsere, unsere Herzen sind so schwer. Boah, ich guck gleich. Dieser Weg ist steinig und schwer und so, oder wie? Pfff. Pfff. Dieser Weg... Pfff. 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 Nein. So, ich weiß seine Weise, dass er was machen könnte. Ich könnte jetzt eigentlich das Video sagen, wodurch es halt nicht mehr aufgenommen oder nicht mehr hauchgeladen werden kann. Dann schneide ich das einfach aus. Menschen. Jetzt muss ich das rausschmeiden. Dül. hat überlegt sich gerade einen plan ich weiß schon was ich sagen werde aber ich werde es gerade noch nicht machen du bist so doof am ende des videos lulwe soll ich soll ich emily jetzt ärgern gehen oder soll ich sie nicht ärgern gehen hat gemacht da hast du doch vermisst oder ich habe die gleiche jacke perfekt oder hat sowieso zufrieden winter alle mehr make-up und nachlinien short ach hier ist eine karte für eine zeit ist die karte der region severett begibt sich in die kirche meinte ohne rast und ruhe ist das meinst du das ist das glaube ich nicht näher ist keine ahnung ich weiß schon wenn du über die munition wechselst und dann weiß ich nicht kiste aufmacht aber weiter aber ich habe erwähnt dass sie diese türen die man nicht öffnen kann sehr schön modelliert haben ich sehe es gerade was wird sie was und türen die man nicht mit ringwurst klassischer art ganzer ring von lukhof ja ja emily fischstäbchen 14 stäbchen für ein starb 20 50 ach so 20 schwedische kronen leere scheiße oder leere scheiße ich wünsche man würde die sachen die man schon hat nicht mehr kriegen also an outfits ja das ist irgendwie merkwürdig dass das irgendwie doppelt da ist können wir uns mal die mission hier weitermachen oder ihr wollt die mission machen ich gut denn auch jetzt habe ich ein radio aufgesammelt habe ich eben auch erst mal erst mal party machen die verkaufen hier kaffeemaschinen naja ich kann diese an diese kiste nur von hier öffnen was ist das denn schön ist eine waffenkiste er sagt mir die spiel ist die darin stark älter schimpft man kann ja rein aber kommt nicht mehr raus und was hast du bekommen ja ich nehm es mit um verschrotters halt ich habe bei den shotgun silencer bekommen ja nice also ich brauche auch eine leise shotgun muss halt schon sagen es ist echt gut dass man einen unterschied zwischen gut modellierten türen und steckten zu haben aber ich weiß welche die öffnen kann es einfach ein bisschen das gelbe haus taugt bisschen okay dann let's go ich komme nicht raus du hast schon mal mit ein und ausstecken versucht das spiel ist sehr gut programmiert was willst du denn ich finde immer schön sachen die man eigentlich auch schon wieder die goldene halskette will jemand in truck in die luft springen hier vorne bei mir aber erst wenn ich daneben stehen sollst du schon anhören zur hauptmission ich mache es einfach ich höre es ja auch also du bist in die luft gesprengt werden hat es geklappt es hat überhaupt nichts gebracht ja das lustige ist der traktor ist auch nicht in meinem griechischen geschädigt worden natürlich äh ok jetzt müssen wir noch ein stück weiter gehen einfach so schön wie voll moa zu stark ist herr du hättest du ihn gerade würde es gerne machen aber ich weiß gar nicht wie äh habe ich irgendwas interessantes dabei lad doch explosiven gas tank ding ist kann bei dir placen er ist jetzt in dir drinnen jetzt bist du gedamaged und das hat nichts geändert cool warum steckt eigentlich Arthur immer fest ich sehe keinen Arthur also wir hatten hier einen wir gehen mal ach man ey jetzt macht glaube ich keinen damage auf anderen überhaupt nein aber wir müssen jetzt nicht selber mit granat abwerfen dann macht das damage ähm die lampe what the fuck siehst du das pia siehst du die lampe bei mir welche denn die die hier nochmal rumsteht die kam gerade aus dem himmel gefallen und jetzt tanzt du hier einfach ich sehe dich zum glück nicht äh Arthur bist du fährst können dich wieder her porten weil ich glaube umringen macht keinen unterschied ja ich glaube habe ich ein feldradio dabei oder ist es überhaupt ein feldradio was man braucht ich habe neun stück ok radio nein nicht radio du brauchst den funk feldradio du keck nicht radio ok feldradio ist das gleiche was ich bin grad bei der kiste ich kann hier sachen ablegen gut job ich wollte gerade sagen so kann man das ja übelst abusen wir könnten jetzt kurz das hier hinstellen zurücktraveln und dann wieder hertraveln könnten wir schon ja weil ich wollte gerade sagen wo geht es nochmal ach so warte du hast natürlich die mission hast du ja gerade gemacht oder ah die hauptmission und das wo die tschi abgesperrt ist ich glaube dann müssen wir rein für die hauptmission oder bin ich gerade doch ich vermissen da glaube ich rein wo abgesperrt ist hast du das nicht auch gemacht ne aber jetzt wird es mir nicht mehr angezeigt hä doch jetzt wird es mir angezeigt wir müssen das haus rein in dem haus geht es halt weiter siehst du ja auch ne ja ich weiß aber nicht wie du das nicht auch machen kannst ja es geht halt nicht dadurch wir müssen es irgendwie anders auch kriegen ich war gefragt hast du ein explosiv ding aber das klappt nicht mehr klappt nicht das klappt nicht weil ich das feldradio noch platzieren oder können wir weil art will ja irgendwann herkommen glaube ich ich habe schon mal hingeplaced aber das ist einfach nur ein kinderzimmer wo wir rein wollen ja dann müsst ihr aber irgendwie rein glaube ich weil da ist ja die hauptmission drin weil es steht ja noch ich gucke mal kurz ob da irgendwas steht wie wir das auf ich suche ja so den schlüssel zu ja bin ich bei dir auch in einem fass drinnen ne ich bin bei mir in einem fass gerade drinnen da war es eben art war eben okay also müssen ein schlüssel finden steht da aber ich siehst nicht dieses fass hier nein bei mir sehe ich das nicht mann das ist voll cool ich hab ein fass als kleidung gerade ich kann sogar darin sprinten das haus in ihm acht dass in dem haus muss der schlüssel drinnen schlüssel zu veronikas arbeitszimmer in ihrem haus das ist doch ihr haus oder nicht also sollte ich sagen hier lag noch ein zettel lol hab ich ja nicht eingesammelt wo lauten zettel ja wir haben schon vier von sechs missionsgegenstände dabei freigeschaltet aber hier in dem haus muss irgendwo ein schlüssel sein actually oder ich weiß ja nicht was veronikas haus ist ich dachte aber es ist ihr haus sollte ich eigentlich meinen aber ich weiß es nicht steht noch ja du ach da oben ist noch eine kiste geil ich habe schon was jetzt richtiger big brain wäre wenn es einfach nevermind ok cool zu wissen was diese tür geht erstens durch ich wollte ja sagen diesen stuhl komm mal mit hast du den schlüssel? hast du den schlüssel? jo wo waren der? der war einfach ein raum da rechts hä haben wir eben nicht gesehen lol hab halt nicht drauf geachtet dass man schlüssel suchen mussten halt den mussten wir noch gar nicht suchen weil der noch da gar nicht da war ach so der war da noch nicht mhm hier ist nichts ja wir müssen auch diese floppy diskusen ja es new mission wir müssen zur kirche in der nähe wohin? zu einer kirche oder? ist es die andere? oder bin ich auch falsch? hä? die mission geht hier gar nicht weiter die ist hier einfach du musst einfach nur zu 1 wo eh schon die hauptmission ist jetzt ist nämlich da hinten ne das die behinderung danke ja der raum der ist sehr schön wo hat sie ein doppelbett hier unten stehen das mädchen das wolfpulte ist fertig ach es ist fertig ok gut dann gehen wir jetzt zu 1 2 3 oder? ne wir wollten erst die schlüsseljagten das war doch fuck ja aber alter so viel ich glaub wir müssen aber irgendwie in die richtung dann also wieder zurück fahren weil ab ich bin jetzt bis kann es nicht neu markieren ich würde gerne markieren hallo bis zur 3 oder? ne ich bin ich bin bis hier bis hier oben hingefahren und da war nur irgendwo diese stadt die gemeint wurde also kein schild in die richtung 3 wir müssen da zu 3 ja wir wollen nicht erstmal dann verhaupt nicht oder in den rinter fahren soll man jetzt da ganz runter fahren da müssen wir halt eh noch hin deswegen können wir das ja wer sagt dass die schlüsseljagd nicht da noch runter geht ja gut dann gehen wir halt erst die schlüsseljagd ist ok das ist ok das ist das das ist das wenn ich den weg da hoch bin ich schon gefahren und da habe ich jetzt nichts gesehen nur hier hinten während der stadt die aber nicht so hieß glaube ich dann fahren wir zur 3 erstmal fahrräder holen ja ich habe auch nicht alles weiß nicht mal wo ich jetzt nicht gelootet habe wenn ich ehrlich bin ich glaube ich war schon drin ich glaube ich war viel überall da war ich weiß jetzt nicht ich weiß natürlich ich weiß jetzt meinst deswegen rupin rot halt ne ich kann sogar auf der map sehen das ist rupin rot ist mein fahrrad schön was mir gerade einzeln wollen wir da hinfahren und tun nicht einfach in die nähe fast travel stimmt wir haben da oben halt die farm so stimmt da habe ich mich gerade herkommen oder nicht ne kam es doch vom bunker oder nicht ja da drüber ist er also reintritt kann man auf den bunker gehen erst da alles ablegen damit wieder platz haben jetzt kommen wir doch da auch da hinten bei dem unterschlupf das können wir auch ablegen dann hast du wieder geschissen perfekt ich reiß da mal hin in den bunker nö na spaß wenn da hin stellen kann dann kann ich jetzt also wenn er mal ablegen kann dann kann ich da jetzt hin